Ich weiss gar nicht, ähm... Habe ich mit euch schon über die Impfung geredet? Ja... So ist das im Moment. Immer sofort Alarm. Kaum nimmt jemand das Wort Impfung... ...ins Mund. Ja... Ganz ein schlechtes Mahltag-Thema im Moment. Das... ...dings... Entweder merkst du, dass du gleich eine Meinung bist wie dein Gegenüber und dass alle, die es anders sehen, Arschlöcher sind. Oder du merkst, dass es dir das Gegenüber anders sieht als du und darum ein Arschlöcher ist. Dazwischen gibt es nichts mehr. Es ist gerade ein bisschen verkachelt. Vielleicht ist es besser, falls ihr das Mal zeigen müsst, dass er über etwas anderes redet. Über... Ähm... ...Wegli? Zum Beispiel. Seht ihr? Passiert nichts? Impfen? Ah... Weggli? Weggli geht. Vielleicht wisst ihr das. Was ist mit dem guten alten Weggli passiert? Früher, beim Wegg, gab es doch Gipfeli, Semmeli und Weggli. Also ich bin schon lange keinem Weggli mehr begegnet. Also ich weiss nicht, ihr schon. Dafür gibt es fünf verschiedene Gipfeli-Sorten. Mit dem guten Butter. Laugen. Vollkorn. Vegan. Glutenfrei. Ah nein, sechs. Die mit extra viel Butter, die gibt es auch noch. Die heissen dann Croissant. Gegen so ein Croissant. Gegen so ein Croissant hat das Weggli natürlich kein Brot. Weggli gibt man höchstens noch den kleinen Kindern, die noch keine Zähne haben. Und die hättest du dann so lange darauf herum, bis es sich wieder zurückverwandelt in Teig. Also nicht das Kindes Weggli. Das Kind schmiert es dann überall hin. Das in Teig zurückdekonstruierte Weggli und wenn es getrocknet wird es zu einer Art Sicht Beton. Falls ihr schon gar nicht mehr wisst, was es Weggli ist. Ist es fein? Nein. Nach was riecht es? Nach nichts. Aber hat es etwas drin? Füllung? Nein. Es sieht wenigstens schön aus? Bäh. Es sieht etwas aus wie ein sehr bleiches Füllchen. Aber dafür hebel zu lange? No. Okay. Ja. Hm. Sonst sowas hast du. Gut. Du. Auch. Bist du geimpft? Das ist doch schon wieder so ein Giselschiesel. Und mein Mainman Tom Gisle. Gisle, Gisle, Gisle. Weggli hat eine Lösung, ich habe aber auch keine. Was ich aber ganz sicher weiss, nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. Nicht jeder, der einen eigenen YouTube-Kanal hat, kommt draus. Und was ich auch noch weiss, gegen das Weggli, wo du abeinander brichst und die beiden Füllchen backen mit Butter und Honig füllst, kann jedes schicke Micky Croissant einpacken. Aber das darf man auch anders sehen. Traffic at Bikerman kannel Bikerman Is baking weekly Bis zum nächsten Mal.